so warte ich muss noch mal gucken hier habe ich ja allmöglichen scheiß auf so 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 jetzt sehe ich dich nicht ich gebe dir das zeichen das zeichen ist schon da hallo herr tana hallo herr tanerin hallo liebe hater ich habe euch vermisst vor allem frank und wer ist der andere ich habe den namen vergessen ich hoffe ihr guckt zu zu einer extra loge eine extra die wahrheit über marius gersbeck ja denn es ist ja eine wahnsinnig interessante loge marius gersbeck eigentlich ein fall wo alle sagen ich kann überhaupt nichts mehr darüber ich kann es nicht mehr hören ich kann es nicht mehr hören aber trotzdem es gibt ja da ein paar sachen die irgendwie nicht so richtig ganz klar sind in diesem in dieser obstrusen geschichte von marius der einfach mal bock hatte einen zu saufen im trainingslager durchs fenster gestiegen ist so stellt man sich vor irgendwie ist runtergehopst hat sich tierisch ein angesoffen und dann jemand verprügelt und ist dann heimlich durchs fenster wieder rein so ist stelle ich mir vor okay erst mal hallo von meiner seite aus und hao he damit fangen wir erstmal an so muss gewahrt sein genau genau das sollte doch einfach sein die zeit muss sein also ja ich bin tatsächlich wurde mir die ganze geschichte geschichte im kompletten zugetragen aus erste hand vielleicht nicht aber aus 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 ganz 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 nahe hand also aus dem team sozusagen also sage ich mal aus dem verein aus dem verein genau richtig also ja also jemand der sehr 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 daran ist näher geht fast gar nicht und habe auch die erlaubnis gekriegt dass hier so kund tun zu dürfen oder zu können habe ich extra gefragt weil ich sonst so eine sache gerne für mich behalten wenn ich sie denn erfahre aber in dem fall habe ich erlaubnis bekommen und dachte mir vielleicht sollte die öffentlichkeit erfahren was da wirklich passiert ist an diesem abend es werden es keine neuen spektakulären wendungen eintreffen das wo ab aber ich habe ich mir schon gedacht also dass er ihn geschlagen hat das wird sich jetzt nicht mehr abändern lassen aber es ist sehr interessant weil ich mich wie gesagt oft gefragt habe wie ist denn passiert irgendwie und also ja erzähl einfach mal ich finde das natürlich geil ich bin ja auch ein alter gossip flow wie du weißt und ich habe ja da auch eine wie du weißt auch eine ganz schön straighte meinung geäußert zu diesem fall irgendwie deswegen es interessiert mich natürlich immer noch also wenn du da was hast gerne und finde ich sehr cool auf jeden fall ich bin selber gespannt ich habe es weiß es ja selber nicht du hast mir noch nichts erzählt wir wollten das im stream machen also ja fang doch mal an irgendwie das ist aber schön spannungsbogen geschlagen für den ich also okay ganz kurz vorab ich versuche das video jetzt hier nicht zu machen um den fall jetzt als pro als kontra zu bewerten oder ihnen beizustehen oder ihnen zu verurteilen so oder so nicht sondern es soll einfach nur dazu dienen die geschichte als ganzes erzählt zu haben so wie es gelaufen ist und ich will keinen wird irgendwie seine meinung vorschreiben oder eben verändern sondern es einfach die geschichte vielleicht erzählt er sie auch nächste woche samtags sowieso auf der mitgliederversammlung aber da habt ihr das schon mal gehört ja also erst mal eins vorab also ich habe schon gut angedeutet es werden es keine dramatischen wendungen passieren es sind mehr so die details die nicht in öffentlichkeit waren oder eben nicht benannt wurden am an diesem besagten abend war maris gerzberg unterwegs gewesen mit zwei mitarbeiter von hertha und drei geschäftsstellen mitarbeitern also spricht zu sechs nein er hatte keine ausgangssperre gehabt also er durfte sich entfernen aus dem trinkstag es war keine verbotene aktion schon mal die dass er gegangen ist es diente so dem team building die leute kennenzulernen wenn die leute unterwegs sein und ein bisschen zeit zu verbringen mit der hertha angestellten um das noch mal ganz klar nachzufragen hertha wusste bescheid dass er das trainingslager verlässt nein aber es war nicht verboten dass er geht okay das ist ja ja okay 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 sie waren auf diesen schönen see fest gewesen im dorf ziemlich genau drei kilometer entfernt vom teamhotel und hat dort gesessen ein bisschen geschnackt bisschen auch alkohol getrunken also bier jetzt nicht richtig alkohol neben sondern halt bier wobei ich wollte das bier nicht verhabenlosen aber es ist bei mir geblieben oder mehreren bieren aber eben bei der sorte kein schnappchen kein schnappchen genau das wollte ich damit sagen und man hat dort zwei leute kennengelernt die in dem hostel arbeiten was auf der rückseite vom mannschaftshotel oder nebenan vom mannschaftshotel war hat man sich ja flüssig fürchtig unterhalten den abend über der erste teil der gruppe ist dann gegen ein uhr los zwei von den groß war die gruppe weiß man das irgendwie sechs zwei mitarbeiter von hertha und drei geschäftsstellen mitarbeiter sechs leute zwei sind los also dem alle war mit fahrrad da gewesen und die haben die das fahrrad so angeschlossen dass alle sechs fahrräder gleichzeitig angeschlossen waren also mit einem schloss quasi also es waren jetzt gar keine ultra fans dabei wir auch manchmal berichten ja nein das ist nicht der fall es waren alles härter mitarbeiter angestellte so zwei sind wir um ein uhr los nachts war einfach so weit haben dann aber die fahrräder stehen lassen weil diese fahrräder zu sechs angeschlossen waren also ein schloss für alle sechs fahrräder und haben dann warum auch immer nicht die lust gehabt zurückzugehen das fahrrad abzuschüsse zu holen die beiden fahrräder zu entschließen und die anderen vier wieder einschließen den schlüssel zurück zu bringen und so weiter sondern sind halt nach hause gelaufen also nach hause meine ich jetzt ins mannschaftshotel gelaufen wir drei kilometer war okay gewesen und als die restliche gruppe gegen zwei uhr zu den fahrrädern gegangen ist hat man festgestellt wir sind vier leute sechs fahrräder irgendwie doof was machen wir jetzt und daher irgendwie vorher diese lockere bekanntschaft war mit diesen beiden hostel mitarbeitern die da nebenan mannschaftshotel sind hatte man die gefragt ob die nicht lust hätten das fahrrad zu nehmen also zu sechs zurückzufahren weil die wollten auch los oder sowieso los und dann würde der passen da kann man zu sechs fahren die stelle fahrrad dann ab und schön ist so denn es war losgefahren und einer der verbliebenen drei härter angestellten ist gestürzt hat sich die rippe gebrochen war eine rippe gebrochen und denn es ich weiß nicht genau ob der jetzt gleichzeitig abgehauen ist oder vorher abgehauen ist ist der eine hostel mitarbeiter mit dem fahrrad los abgehauen oder los gefahren und man hat sich dann dazu entschlossen die gruppe aufzuteilen dass drei verbleibende die zwei verbleibende plus der verletzte den verletzten zurückbringen ins team hotel und marius und der andere hostel mitarbeiter wollten denn zu dem zweiten hostel mitarbeiter um das fahrrad dann zu holen oder zu gucken wo der jetzt hingefahren ist der weggefahren das mit dem härterrad der weggefahren ist genau mit dem härterrad richtig so die drei sind weg sind dann unser hostel gefahren da war er ja nicht gewesen haben versucht anzurufen also der hostel mitarbeiter hat den anderen hostel mitarbeiter anrufen und wurde halt nicht erreicht und man hat gesagt okay was ist der muss immer warten wir hier einfach an der stelle ähm das war wie so eine kreuzung wo man lang fahren musste genau kenne ich jetzt die geben halt nicht vor ort aber haben wir halt dort gewartet dass der da lang kommt äh weil der weg gab es wohl nicht dann kam die besagte spätere opfer mit seiner freundin äh und die stand halt genau vor dem elternhaus von ihr ich glaube von ihr von ihr und der hat den angequatscht dann äh während 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 die gewartet haben auf diesen typen der mit dem rad weg gefahren hast richtig genau haben sie gewartet und wurden dann angequatscht äh auch wohl sehr ja wie soll ich sagen sehr ähm plump schroff schroff ja schroff ist das beste wort richtig sehr schroff angesprochen was sie denn hier zu suchen haben um die uhrzeit und die sollen sich bitte mal hier verpissen und mal abhauen und äh äh das ist halt das grundstück oder privatgrundstück da haben die nichts zu suchen dann erklärt er so viele stehen hier vorne aber auf dem öffentlichen gelände und hier gibt es keinen grund äh entschuldigung uns das hier anzumaulen und er wurde der wohl relativ pampig ähm und ist ihm auch näher gekommen äh so klassisch wie bei Fußball so Gesicht an Sicht ohne jetzt irgendwie was äh zu machen und äh da hat Marius dann äh sich bedroht gefühlt und hat den ersten äh Hieb gesetzt ähm oder eben zwei zitiere zwei Backpfeifen gegeben also dollere Backpfeifen jetzt wollte ich das nicht verharmlosen sondern einfach äh zwei ähm Backpfeifen gegeben damit ist er hingefallen und wurde ohnmächtig aber der hat da schon mit der Faust zugeschlagen oder eine gescheuert ja mit der Faust ja 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 okay ich wollte das nicht verharmlosen das war jetzt nicht die zitiere Sache sondern ähm da gab es dann äh zum Beispiel auch viel das Thema was in den Medien gemacht wurde er hätte dann auf dem Boden nochmal nachgetreten und das ist äh nicht so das stimmt nicht das ist falsch ähm er hat sogar ganz im Gegenteil äh dadurch dass er bewusstlos war ihn in eine stabile Seitenlage gebracht um ihm äh zu gucken dass alles in Ordnung ist also dass er jetzt keine keine schweren Verletzungen in dem Sinne davon hat dass er jetzt irgendwie lebensgefährlich verletzt ist hat er in eine stabile Seitenlage versetzt äh und äh als er da wieder geatmet hat und wieder zu sich gekommen ist ist er ins Teamhotel zurückgefahren ok ja es bleibt der erste Schlag es bleibt die erste Aggression aber eben aus dem Wortgefecht heraus na gut was ich sage jetzt nicht wirklich relativiert aber man kann es ja aber auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer macht ja man kann halt beide Seiten irgendwie verstehen ich kann auch verstehen dass wenn da zwei Typen natürlich vor deinem Haus stehen nachts um was war es zwei halb drei wahrscheinlich ja dass du dann vielleicht auch sagst ey was macht ihr denn jetzt hier äh haut mal ab äh ähm kann man ja auch verstehen und dann ein Wort trifft das andere äh der Typ ist aggro will vor seiner Freundin vielleicht irgendwas beweisen Mutmaßung aber ja dann gibt es zwei Schläge und der Typ geht K.O. also scheinbar schwer K.O. weil also das ist halt die Sache also von zwei Backpfeifen wirst du ja eigentlich nein ich habe bloß zitiert wie es mir zugetragen wurde okay ich wollte das nicht jetzt verharmlosen dass es kein richtiger Schlag war sondern einfach nur äh so dahergesagt quasi okay und dann äh war hat er ihnen die stabilen Seitenlage gebracht und dann sind sie dann gegangen oder äh als er wieder zum Bewusstsein kam sind sie gegangen genau zurück ins Hotel zurück ins Hotel und das Opfer hat dann wahrscheinlich die Polizei noch am gleichen Abend gerufen das habe ich tatsächlich nicht gefragt weil wurde mir nicht gesagt das weiß ich nicht okay wenn ich es nicht weiß dann sag ich das dass ich es nicht weiß ich weiß nicht ob sie am gleichen Tag oder am nächsten Morgen gerufen wurden das kann ich dir nicht sagen und hat dann Marius Gersbeck am nächsten Tag oder abends das den anderen Leuten noch erzählt hast du gesagt du ich habe hier jemanden umgehauen es könnte Ärger geben oder es war ja schon halb drei oder eigentlich um drei ich weiß es nicht noch aber so in dem Zeitfenster ich glaube da haben alle bei Benni Weber war ja komplett überrascht eigentlich dass am nächsten Morgen die Polizei da stand das ist ja dann schon verwunderlich weil eigentlich denke ich also ich will jetzt auch da keine Wertung abgeben aber wenn mir sowas passiert und es hört sich ja im Endeffekt jetzt so an dass er mit einem anderen Mitarbeiter da stand es war noch ich weiß jetzt nicht in welchem also aber ich denke mal Mitarbeiter die mit ins Trainingslager fahren sind jetzt ja auch nicht irgendwelche weiß ich Verkäufer im Shop irgendwie die man nicht kennt im Team sondern die müssen ja auch im Team bekannt sein eigentlich auch den anderen im Team bekannt sein also auch Benni Weber bekannt sein vielleicht auch Kai Bernstein der war der auch vor Ort weiß ich nicht nein Tom Herrig ähm die frage ich nicht schon ob der den Abend vor Ort war aber aber auf jeden Fall muss es dem Staff ja bekannt gewesen sein und die müssen ja auch alle dann eigentlich gewusst haben was passiert ist oder? ja gut aber nochmal es ist um halb drei drei vielleicht nachts äh da tonen die ja unten nicht mehr in der Lobby rum und sagen oh Mensch wo kommst du denn jetzt her sondern ich glaube da geht man nach Hause und geht schlafen und denkt sich dann okay wir sprechen wir morgen früh was passiert ist oder ich werde morgen früh mit jemandem darüber reden dazu kam es ja dann nicht weil die Polizei dann schon eher da war also ich glaube ich hätte auch auf deiner Stelle muss ich sagen wenn ich nachts um drei ins Team-Hotel komme denke ich es nicht auf die Idee gekommen zu sagen okay jetzt mache ich hier mal meinen Manager wach oder meinen Trainer oder wen auch immer äh das hätte ich dir auch am nächsten Morgen erklärt aber ich hätte es auf jeden Fall erklärt weil also man kann sich ja man kann sich ja schon vorstellen dass das da ein bisschen Ärger droht wenn du jemanden bewusst verstehst das natürlich aber machst du das zum drei noch oder machst du das am nächsten Morgen dann also ich glaube ich kann ja nun von mir aus gehen ich glaube ich hätte so eine Panik dass ich irgendjemanden geweckt hätte gesagt oh scheiße ey da ist gerade jemand bewusstes geworden sondern scheiße ich glaube die Kacke es riecht eher am Dampfen irgendwie also kann ich mir schon vorstellen ich denke mal auch dass Marius Gersbeck auch ins Bett gegangen ist und gedacht hat oh ey scheiße ich kann nicht pennen ich weiß ja nicht ob der mit jemandem zusammen auf dem Zimmer war oder ob der ein Einzelzimmer hat eigentlich sind die ja immer zu zweit auf dem Zimmer auch die Frage habe ich nicht gestellt ja aber gut aber gut es ist ja interessant das heißt das Fahrrad ist dann auch gar nicht mehr aufgetaucht also die sind dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause ich werde zukünftig wenn ich so eine Story mir zugetragen werde werde ich mehr Details erfragen aber warum haben die denn das gemacht auch ich verstehe nicht warum haben die denn nicht die beiden Räder einfach da angeschlossen und sind zurückgefahren Mann ey auch dumm wahrscheinlich auch wieder Bieraktion einfach so ja also natürlich kann man daher sagen Mensch schieß die an aber ich glaube wenn man jemanden kennenlernt und hat Vertrauen zu denen du weißt wo die arbeiten dass die direkt neben dir im Hotel da arbeiten also im Hotel direkt neben dem Hotel warum sollte man nicht so viel Vertrauen haben das ist aber auch diese Geschichte weil es ging ja auch die Geschichte um dass das Opfer das Fahrrad geklaut hätte oder klauen wollte irgendwie so die kam von mir sogar ja die habe ich meines Erachtens mal damals erzählt als es ganz frisch war am ersten Tag ich weiß es nicht mehr wenn es mir erzählt hat ich hatte am nächsten Tag einen Kontakt gehabt der mir die Story so erzählt hat dass das Fahrrad geklaut wurde und verweist nicht von dem aber der war ja nicht also ist ja auch so im Prinzip kann man ja sagen das Fahrrad wurde geklaut aber nicht von dem der geschlagen wurde sondern von dem Hotel Mitarbeiter und hat denn dein also derjenige der das dir erzählt hat auch was erzählt zum Gerichtsverfahren wie das abgelaufen ist ja also es wurde versucht dahin zu gehen dass es eine eine Verteidigung war also ein Gott eine Selbstverteidigung war und eben kein Angriff was auch Millard im Urteil mit aufgenommen wurde also natürlich ist derjenige der den ersten Schlag setzt in der Regel derjenige der der Aggressor ist in dem Fall aber es wurde trotzdem mit erwähnt dass es eine Selbstverteidigung und dass es zumindest einen selbstverteidigenden Zweck hatte oder einen selbstverteidigenden Ursprung hatte so ok ja und zahlungstechnisch da irgendwas bekannt also es hat 40.000 das Gericht ne irgendwie es war also in der Bildzeitung war es von der mittleren sechsstelligen Summe die war es bei weitem nicht gewesen es war unter unter einer sechsstelligen Ziffer was was Marius das Gerhard die war die 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 Klage zurückzuziehen sich zu einigen außergerichtlich sag ich mir genau das genau ok na das hat sich ja schon das ist ja sehr interessant weil ich dachte auch so wie kann er also es wäre ja dann mindestens 600.000 ein hoher sechsstelliger Betrag ist eigentlich 600.000 700.000 800.000 Euro und gut alle anderen Sachen vom Gericht sind ja eigentlich bekannt glaube ich wie es gelaufen ist die Verlautung des Gerichts wie wird denn jetzt also was mich noch interessieren würde wirklich wie wird denn im Verein damit umgegangen also gibt es da eine Sicht also weißt du wie der Verein ehrlich darüber denkt also jetzt wir haben ja neulich mal philosophiert was passiert mit ihm jetzt soll er wieder spielen ist das der Plan es ist jetzt so ja er wird jetzt erstmal degradiert er soll jetzt erstmal auf jeden Fall nicht spielen sondern man will ihn erstmal bis zur Winterpause praktisch Sozialdienst machen lassen mittrainieren hast du da irgendwelche Infos ja aber aus anderer Quelle das war gestern Abend war das egal ich war gestern Abend bei der Präsidiums Anwärter Versammlung gewesen die Amateurstadion war wo die neuen Präsidiums Anwärter sich vorstellen konnten und eine Fragerunde hatten hatte da ein sehr interessantes Gespräch gehabt ein kurzes allerdings diesbezüglich dass aber Gersberg erstmal nicht in der ersten Mannschaft also mit trainiert schon aber nicht geplant ist und dass er aber um wieder in Rückbruch zu kommen in der zweiten Mannschaft spielen soll zumindest erst mal fix bis zur Winterpause ok und dann wird man sehen wie es weitergeht dann wird man sehen wie es weitergeht und vom Plan her was so soll er eigentlich für uns spielen da weißt du jetzt auch nichts ne es war nie ich habe noch nie irgendwo was gehört dass er transferiert werden soll ein paar so die gesagt haben oder gemutmaßt haben er soll verliehen werden vielleicht das war eine Idee ich glaube die Idee hatte ich auch die fand ich gar nicht so schlecht um ihn zu rehabilitieren aber ich gucke ja sonst immer ich gucke ja zum Beispiel auch mal den Herr Tarner und bin ja nicht so oft einfach mit dem was er sagt aber in diesem Fall hat er das finde ich sehr gut formuliert und was hat er gesagt würde mir anmaßen das mal wieder zu geben mit meinen eigenen Worten im Prinzip müssen wir unseren Sozialstaat vertrauen oder auf unsere soziale Gerechtigkeit vertrauen auf die auf die Gerichtbarkeit auf die Exekutive er wurde bestraft er wurde so bestraft dass es rechtens ist er hat freiwillig freiwillig sich mit den Opfern geeinigt es gab einen Handshake vor Gericht und wenn man dazu bedenkt dass er voll nie also wirklich nie irgendwas sich zu Schulden kommen lassen hat auch von allen Leuten die ihn kennen höre ich immer so ein lieber Mensch so ein toller Vater Familienmensch hat noch nie irgendwelche Eskapaden gehabt desto mehr ich mich da reindenke in dieses Thema desto mehr mit desto mehr Leuten ich spreche desto mehr komme ich in die Richtung zu sagen okay Mensch ja er hat der zweite Stang er weiß was er scheiße gebaut hat aber er hat dazu er hat ihm gerade gestanden er hat seine Schuld beglichen hat es mit dem Opfer geklärt und warum sollen wir jetzt nicht ihm auch verzeihen können wenn er es selbst das Opfer kann ja 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 vielleicht was war es dann ich hatte ja irgendwie irgendwo gelesen dass er eben schon eine Vergangenheit hat mit irgendwie Körperverletzung ich komme gleich bin gleich fertig ich habe dir ich habe dir ich habe dir doch geschrieben ich bin gleich fertig ich hatte nämlich schon gehört dass der eine eine Vorgeschichte hat irgendwie dass auch er schon mal irgendwie ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe aber das ist dann auch man hat ja auch gehört dass das Opfer im Endeffekt auch irgendwie kein Kind von Traurigkeit ist das richtig ja als ich den jetzt gesehen habe da dachte ich aber so wie der aussieht kann ich mir überhaupt nicht vorstellen dass der irgendwie in diese Richtung geht weil der wirklich wie so ein absoluter Milchboogie aussah aber man das ist ja auch alles man kann sich auch täuschen tatsächlich also mir ist nichts bekannt dass er irgendwelche Eskapanen übergangen hatte ich habe ihm die Frage auch so direkt jetzt nicht gestellt aber mir wurde immer nur herangetragen dass das ein erster Vorfall ist und er noch nie sich irgendwas groß zu schulden kommen lassen hat geht es nicht davon ob er als Kind eine tafische Schokolade klaut hat sondern solche schon gewalttätigen Ausbrüche irgendwie und mir wurde immer gesagt nein da ist da ist nichts gewesen also es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen das jetzt mal so zu hören von jemandem der praktisch dabei war oder sehr nah dran war und das direkt gehört hat es ist immer noch unbegreifbar ich war nicht dabei nee aber derjenige der es dir erzählt hat ist natürlich gut das mal aus so wirklich Quellen zu hören die da nah dran waren immer noch für mich unverständlich warum der andere die waren ja zu zweit da warum hat der andere Mitarbeiter Hertha Mitarbeiter da nicht eingegriffen der zweite der beiden war war der Hostel Mitarbeiter die drei Hertha Mitarbeiter die verbleibenden sind hier haben wir den einen verletzten Hertha Mitarbeiter ins Mannschafts Hotel war ach ich dachte es wäre noch einer von Hertha mitgekommen okay nein der Hostel Mitarbeiter also der zweite Hostel Mitarbeiter Entschuldigung und Marius waren da gewesen das ist vielleicht auch eine etwas dumme Einteilung gewesen hätte man vielleicht eher den Spieler nach Hause schicken sollen mit dem Verletzten aber gut hätte wäre vielleicht ja sehr interessant Dennis also das ist eine sehr interessante Story macht es natürlich nicht nicht besser Entschuldigung ne hast du recht aber es macht es verständlicher ein bisschen ein Stück weit finde ich ja es macht es ein bisschen ernst ich meine ich glaube das haben wir alle schon erlebt wenn jemand vielleicht auch die falsche Wortwahl trifft ne und sagt verpiss dich jetzt hier mal du Spack es ist laut und man sagt so ey beruhig dich mal was heißt hier beruhig dich mal was heißt hier komm her komm doch her und dann steht man sich gegenüber das ist klar dann kann man also dann weiß man auf jeden Fall dass die Aggression wahrscheinlich nicht von Marius ausgegangen ist zumindest nicht die erste genau die verbalen auf jeden Fall nicht genau man hat sich das hochgetauscht und dann ist es natürlich so dass man dann vielleicht auch denkt okay der bevor er mir eine pfeffert mach ich es was natürlich das nicht besser macht was das nicht besser macht nein ich wollte es jetzt nicht schönreden ich wollte einfach nur die Geschichte so erzählen wie sie sich zugetragen hat ich vermute aber dass er das sowieso nächste Woche Sonntag vor der MV machen wird und da kannst du denn solche Fragen stellen wie ob du das Fahrrad wieder aufgetaucht ist oder was ja völlig das ist ja völlig irrelevant das ist ja die Frage ja nicht gestellt völlig irrelevant ne völlig irrelevant ja cool ja danke dafür Dennis sehr schöne Geschichte sehr gerne ja bin ich ja gespannt was ihr dazu sagt Kommentare gerne unter den Stream ne also spannend wäre ob ihr solche Geschichten öfter hören werdet wollt generell oder auch wenn ihr Fragen stellt dass ich die quasi nachrecherchiere und dann euch mitteilen könnte oder kann wenn ihr so Bock habt immer musst du überhaupt nicht also bitte ja sagt wenn ihr das wollt schreibt es rein aber selbst wenn ihr sagt wollen wir nicht machen ist trotzdem weil ich das nämlich gerne wissen will ich finde das sehr geil und wir haben ja gleich nächste Woche Sonntag haben wir ja auch gleich den Beweis ob ich hier mir was zurecht gesponnen habe oder eben nicht werden wir mal gucken ob das da erzählt wird oder nicht aber ich glaube wir glauben dir alle sehr schön dann sehen wir uns am Sonntag zum Watchalong das machen wir gegen Schalke ich auch ich hoffe wir freuen uns nach dem Spiel auch noch und dann sende ich dir jetzt Küsse rüber und wünsche dir eine schöne Geburtstagsfeier nicht deine aber wo immer du auch hingehst danke und ja dann sehen wir uns wie gesagt Sonntag 12.30 irgendwie sowas 12.30 okay du versuchst es ich gebe mein Bestes okay und du schönen Gruße an Meppi mache es der morgen Geburtstag hat habe ich gehört so sieht es aus jetzt es wird schwer vorbereitet aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen diese Story noch zu hören deswegen so viel Zeit muss sein ich freue mich cool hao he bis dann ciao ciao es ist jetzt hä nicht auf die Pause Ende ja so tschüss bis dann bis dann was